Das Kulturreferat der Stadt Bruck an Amur veranstaltete bereits zum 16. Mal in der Kulturhaus-Kunstgalerie einen Gitarren-Workshop mit Peter Ratzenbeck. Jetzt hängen wir beide zusammen, wir brauchen nicht lange, ich habe schon gesehen, ich kenne es gleich. Also beide zusammenhängen, klingt auch so. Bei diesem Seminar besteht die Möglichkeit mit dem Künstler Instrumentalstücke und Techniken des Gitarrenspielens hautnah mitzuerleben und selbst zu erarbeiten. Und das Konzert des Gitarren-Virtuosen war wieder ein glanzvoller Höhepunkt. Peter Ratzenbeck, ein absoluter Bruck-Fan. Zum ersten bin ich jetzt zum 16. Mal hintereinander da, das heißt schon was und unterm Strich sicherlich schon weit über 20 Mal über die letzten 30 Jahre gewesen, in Bruck an Amur angefangen, an ganz kleinen Örtlichkeiten und lokalmäßig jetzt 16 Mal, wie gesagt, da hier, Seminarmäßig und Konzertmäßig, also ich muss lange zurückdenken, um eine Örtlichkeit zu finden, wo ich 16 Mal ununterbrochen wo sein habe dürfen. Ratzenbeck ist ein Klangmaler und greift seit einigen Jahren auch selbst zum Mikrofon. Ein wenig Rod Stewart, ein Hauch Brian Adams gibt jedem Stück einen eigenwilligen Touch. Auch das 17. Mal wird im nächsten Jahr ein Highlight für die Brucker Kulturszene werden. Kulturszene